Heute ist Tag 6, das bedeutet, heute ist Wasserwechsel angesagt, das ist wieder ein gerader Tag. Ich möchte heute Wasser testen, das hatte ich mir vorgenommen, um den Verbrauch der Pflanzen zu ermitteln, um dann gegebenenfalls die Düngung anzupassen. Wie wir das machen und warum wir das machen, das werde ich jetzt erzählen. Zum Wassertesten haben wir die Möglichkeit, mit einem Tropfentest die Werte zu ermitteln, das ist leicht, man muss kein Chemiker sein dafür, da liegen auch Anleitungen bei, so werde ich es machen. Später für den Quick-Check, also wenn ich nicht weiß, ob ich überhaupt testen muss, ich kann vorfühlen, nehme ich einen Analyse-Streifen, der hat mehrere Parameter da drauf und ermöglicht mir schnell zu erkennen, ob irgendwas abweicht von dem, wie ich es vorher hatte und dann kann ich später umsteigen auf einen Detail-Test, um das noch genauer zu prüfen, ob ich meine Dosierung anpassen muss. Dieser Test hat nicht alle Werte drauf, also ich kann hiermit zum Beispiel Nitrit, Nitrat, die GH, die KH, pH-Wert, Chlor und CO2 ermitteln und wenn ich dann sage, Mensch, da ist eine Abweichung, dann steige ich hierauf um und habe auch hier eine viel feinere Skalierung. Das ist sozusagen ein Quick-Test, der gut funktioniert, der auch genau ist, man kann die Werte wunderbar vergleichen, aber wenn ich ins Detail einsteigen möchte, dann brauche ich einen Testkoffer. Ich habe schon mal was vorbereitet, ich habe Wasser vom Aquarium geholt, damit werden wir jetzt gleich testen. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe vor zwei Tagen nach dem Wasserwechsel mit der Düngung angefangen, und zwar folgendermaßen, ich hatte auf die Verpackung geguckt, die Dünger, ich zeige euch nochmal ein, hier, das ist der NPK-Dünger, das gleiche gibt es auch nochmal als Eisenvolldünger, mit diesen beiden Elementen, habe ich begonnen zu düngen und habe dann die halbe Dosis nur genommen. Das heißt, von dem, was täglich empfohlen ist, habe ich die halbe Dosis verwendet und auch bis jetzt nur einmal gedüngt. Das heißt, ich habe sowohl das Intervall halbiert, als auch die Dosierungsmenge. Heute werden wir testen, ob es in Ordnung ist, ob ich vielleicht sogar schon ins Minus gelaufen bin, keine Werte mehr nachweisbar sind, das ist nicht gut, die Pflanzen müssen konstant mit den Nährstoffen versorgt sein. Zudem brauchen sie Licht und CO2, das ist gegeben, das ist eingestellt, aber ganz wichtig ist, fehlt denen nur ein Paket, können die Pflanzen die Nährstoffe nicht vernünftig aufnehmen. Andere Nährstoffe liegen wieder rum, weil die Pflanzen es nicht verbrauchen, das ist wunderbar für die Algen. Und wir wollen keine Algen haben, da sind wir uns alle einig. Gut, wie der funktioniert, zeige ich euch später. Um etwas vorzubereiten, Wassertesten, man kleckert immer, Aquarianer punchen da gerne, lege ich mir ein Handtuch unter, unter den Test. Wir öffnen einmal den Koffer, dass ihr seht, was da drin ist. Ich habe hier eine Farbtafel, anhand dieser Farbtafel kann ich später meine Messung vergleichen. Damit ich die Messung vergleichen kann, brauche ich den sogenannten Komparatorblock. Warum brauche ich den? Ich könnte ja die Probe, die hier drin ist, auch ins Licht halten, einfach mal gucken. Die Umgebungsfarbe und die Beleuchtung können diesen Test auch für unsere menschliche Augen stark beeinflussen. Das wollen wir nicht. Stelle ich die Probe hier rein, wird es außen abgedunkelt. Das heißt, dieses Licht kann da nicht reinfallen und die Farbwiedergabe ist deutlich echter. Ich kann auch den Wassertest hier auf die Skalierung draufstellen und habe eine Blindprobe. Anhand der Blindprobe schließe ich aus, dass die Eigenfärbung des Wassers diesen Test beeinflusst. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein stark gebräuntes Wasser habe, durch Morkienholz oder durch andere Hölzer, dann kann es sein, dass die Farbe anders wirkt durch die Eigenfärbung des Wassers. Das gleichen wir durch diesen Komparatorblock aus. Deswegen wichtig, immer benutzen. Was können wir hier testen? Wir können Kalium testen, das ist ein wichtiger Bestandteil des Düngers, die K-Komponente beim NPK. Wir können Silikat testen, das ist interessant für jeden, der Leitungswasser verwendet, da in großen Mengen Silikate vorkommen. Ich selber benutze eine Osmoseanlage, um das Wasser von vielen Bestandteilen zu befreien. Es ist natürlich nicht frei von allen Bestandteilen, sondern nur 80 bis 95 Prozent werden herausgenommen. Das heißt, wir leben jetzt mit einem Silikatgehalt von ungefähr 0,6 Milligramm hier bei mir. Das ist in Ordnung. Das vorherige Aquarium hat damit auch keine Probleme gemacht. Wir haben den pH-Wert, wir können den CO2-Gehalt testen, wir können Magnesium testen, Calcium und Phosphat und Nitrat, die wichtigsten Nährstoffe eigentlich des NPK-Düngers, um die Pflanzen zu versorgen und eben Eisen, also die Komponente von unserem Eisendünger. Warum muss ich nicht die anderen Werte testen, wie Mangan, Zink, Bohr und so weiter? Diese Elemente sind in dem Dünger, in dem FE-Micro-Elements-Dünger, genau abgestimmt anhand des Eisenwertes. Das heißt, wenn ich das zu dosiere, wissen wir, dass diese Komponenten sich im gleichen Maße auch mit dem Eisen verbrauchen werden, wenn alles vorhanden ist. Das heißt, wir müssen keine aufwendigen Laboranalysen fahren, sondern testen den Eisenwert. Und wenn wir sehen, der ist zu gering, sehen wir wieder auf, führen damit auch die anderen Spurenelemente hinzu und wissen, dass das im gesunden Gleichgewicht zueinander ist. Ich kann auch die Temperatur kontrollieren und ich würde sagen, bevor ich weiter lange rede, fangen wir einfach mal an. Hierzu stelle ich mir mein Wasser bereit. Hiervon werde ich alle Proben ziehen. Ich klappe den Testkoffer auf. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir messen zuerst die Carbonathärte mit der kleinen Reagenz. Wie wende ich das an? Ich muss die Tropfen zählen. Dieses Symbol zeigt es mir. Tropfenanzahl, Fragezeichen, klar. Wir wissen ja noch nicht, wie die Carbonathärte aussieht. So, noch den Kleber entfernt vom Test, damit alles nicht hält beim Transport. Wir nehmen jetzt 5 Milliliter. Wichtig, macht die Luftblasen raus. Exakt abgemessen. Wir geben das in dieses Glas. 5 Milliliter. Die Reagenzien vorher immer schön schütteln. Hier ist eine Kindersicherung dran. Also nicht wundern, wenn es schwerer aufgeht. Das dient rein zu eurem Schutz und auch dem Schutz eurer Kinder. Und jetzt machen wir das wie folgt. Hier wird kein Komparatorblock verwendet, sondern es geht um einen Farbumschlag. Ihr werdet es gleich sehen. Die Lösung ist erst blau und schlägt dann ins gelbe um. Wichtig, die Flasche senkrecht über die Reagenz halten. Ansonsten sind die Blasen unterschiedlich groß. Und das würde das Testergebnis verfälschen. 1, 2, ihr seht schon, es hat schon leicht umgeschlagen. Ich habe nämlich eine ganz weiche Karbonathärte. 3, und wir sind eigentlich schon, ich kann euch das nochmal verdeutlichen, schon längst dabei. Das heißt, bei 2 schlug es um, gelber wird es nicht mehr. Meine Karbonathärte ist so mit 2. Ich habe sehr weiches Wasser, da ich mit Aquadur sehr sparsam umgegangen bin zum Aufsalzen, war es auch am Anfang so gewollt. Zudem wird das Soil viele Härtebildner noch rausziehen und das Wasser ansäuern. Was mache ich jetzt mit diesen Werten? Ich kann mir das natürlich auch nicht alles merken. Wir werden das später noch brauchen, um das in einen Düngerechner online zu überführen. Aber erstmal nutze ich den beiliegenden Wasseranalysebogen und dokumentiere meine Werte. Das heißt, wir haben heute den 30.01. Ort ist mir egal, das brauchen wir nicht eintragen. Und habe eine Karbonathärte von 2. Ich lege das beiseite, ich brauche es gleich schließlich wieder. Die fertigen Tests stelle ich mir einfach in den Koffer rein. Die Erfahrung zeigt, dass ich sie ansonsten wieder umwerfe. Ihr werdet das sehen, je mehr ihr testet und je mehr hier rumsteht, desto schneller kann auch einfach was umfliegen. Ich nehme jetzt wieder 5 ml raus und teste jetzt den pH-Wert. Reagenz schütteln. Und hier könnt ihr darauf erkennen, 3 Tropfen. Das heißt, ich stelle die Flasche hin. Wenn ihr das Gefühl habt, dass der erste Tropfen nichts wird, dann einfach verwerfen, zur Seite machen. Das kann manchmal sein, ihr erkennt hier eine Luftblase. Das müsst ihr beobachten, ob die rausgeht. Weil wenn ein Tropfen mit einer Luftblase gefüllt ist, ist nicht die richtige Menge Reagenz drin. Die Wasserwerte können verfälscht werden. Aber es klappt jetzt. 1, 2, 3. Wir schwenken das leicht in der Hand. Zum Schütteln. Die Reagenz verfärbt sich. Ich zeige euch das wieder. Und jetzt brauche ich das erste Mal zum Vergleichen die Karte. Welchen Test haben wir verwendet? Ihr könnt es hier sehen. Den 6 bis 7,6. Schlagen das auf. Hier hinten in der Anleitung seht ihr, wir haben das genauso gemacht. Und Achtung, jetzt muss ich den Komparatorblock verwenden. Das bedeutet, ich brauche eine zweite Probe, die ich auch mit der gleichen Menge Wasser fülle. Nehme ich mit 5 Milliliter. Ich nehme die beiden, stelle die Blindprobe auf die Farbskalierung oben rein und meine erhaltene Probe hinten rein, die ich auf der weißen Fläche führe. Ich bewege es jetzt langsam auf der Skalierung entlang, bis ich meine, den richtigen pH-Wert erkannt zu haben. Wichtig ist, guckt von oben rein, guckt nicht von der Seite rein. Das verfälscht auch wieder die Ansicht. Nur mit dem Komparatorblock kann ich fast nur von oben gucken. Und ich sehe, ich bin eigentlich zwischen 6,4 und 6,6. Das lässt sich nicht genau zuordnen, da er genau dazwischen liegt. Ich schreibe mir jetzt 6,5 auf. So, auch die Probe stelle ich daneben. Und dann machen wir mit dem nächsten Test weiter. Was werden wir machen? Wir nehmen uns erstmal den Eisentest vor. Also hat die Düngung gestern funktioniert. Wie läuft der Eisentest? Ich weiß das auch gerade nicht mehr aus dem Kopf. Ich meine, es sind 5 Milliliter und 5 Tropfen. Hier ist der Eisentest. Und hier steht es, 5 Tropfen, 5 Milliliter, 5 Minuten warten. Ich brauche auch wieder meine Blindprobe, die kann ich drin lassen. Ich nehme mir ein neues Gläschen. Fülle es mit 5 Milliliter Wasser. Schüttel die Reagenz. Achtet wieder darauf, dass keine Luftblase dabei ist. 1, 2, 3, 4, 5. Ich schwenke das nochmal ein bisschen, dass das sich gleichmäßig verteilt. Und ab jetzt brauchen wir 5 Minuten. Ich stelle mir jetzt einfach meinen Wecker. Damit wir es nicht vergessen, Zeit läuft. Wir müssen aber nicht warten. Wir können in der Zwischenzeit einfach schon einen weiteren Test machen. um dann relativ zügig auch hier mit durchzukommen. Was bietet sich an? Ich denke, wir können als nächstes mal den Magnesium-Test machen. Haben wir genug Magnesium drin? Das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der Dünger. Dazu suche ich mir erstmal die Karte. Wir sehen hier, ich lege das mal beiseite. Wir sehen hier, zweimal 5 Milliliter, anders als bei den anderen Tests. Einmal 7 Tropfen, 3 Tropfen, 2 Tropfen, eine Minute warten. Das werden wir jetzt auch genauso machen. Dann, Gläschen hinstellen, 5 Milliliter aufziehen, nochmal 5 Milliliter aufziehen. Dann nehme ich Reagenz 1. Wichtig, vertauscht das nicht. Die sollten in der richtigen Reihenfolge dosiert werden. Und hier ist jetzt so ein Fall, wo Luft drin war. Ihr könnt das sehen, der Kopf ist nicht gleichmäßig gefüllt. Und wenn ich diesen Tropfen jetzt reinwerfe, haben wir ein Problem, weil eben nur ein Teiltropfen reingekommen ist. Wasserwerte ist schon ein sehr interessantes Thema. Zwar auch sehr kompliziert, aber du möchtest bestimmt auch wissen, wie es weitergeht. Klicke einfach hier, um zum nächsten Video zu gelangen, um zu erfahren, welche Wasserwerte noch getestet werden. Oder aber folge den ganzen Links in der Videobeschreibung. Dort befinden sich alle weiteren Tage und auch die Tage davor. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und hier in der Ecke kannst du auch mal unseren Kanal abonnieren, dann verpasst du wirklich auch kein Video mehr von uns. Ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Video wieder mit Schaust du GarnierTV, wirst du Garnier schlau. Bis dahin.